Als World Rally Car oder kurz WRC werden Rallye-Fahrzeuge bezeichnet, die nach einem von der Federation Internationale DL Automobile ausgeschriebenen Reglement aufgebaut sind. Das Reglement wurde 1997 für die Rallye-Weltmeisterschaft eingeführt. World Rallye-Cars sind seitdem die höchste Fahrzeugklasse im Rallye-Sport. Technische Bestimmungen Zwei verschiedene Reglements für World Rallye-Cars wurden in der Rallye-Weltmeisterschaft verwendet. Die erste Version, die mehr technische Freiheit erlaubte, bestand bis 2010. 2011 wurde ein neues, restriktiveres Reglement für World Rallye-Cars eingeführt. Beim 1997 eingeführten WRC-Reglement handelte es sich um eine Weiterentwicklung des alten Gruppe A-Reglements. World Rallye-Cars mussten auf Serienfahrzeugen basieren, die in einer Stückzahl von mindestens 2500 hergestellt wurden. Im Gegensatz zum Gruppe A-Reglement war zur Homologation der Rallye-Fahrzeuge aber keine Serienproduktion von Sondermodellen notwendig, welche die Eigenschaften der World Rallye-Cars besaßen. Somit entstanden auch einige World Rallye-Cars auf Basis von solchen Serienfahrzeugen, die nicht mit Turbomotoren und Allradantrieb erhältlich waren. An den Fahrzeugen durften Modifikationen durchgeführt werden, um die technischen Bestimmungen des WRC-Reglements zu erfüllen. Diese beinhalteten einen maximalen Hubraum von 2 Litern, Turbolader mit Antilag-System, Allradantrieb, ein sequentielles Getriebe mit Schaltwippen, Aerodynamik-Anbauteile, ein minimales Gewicht von 1230 kg und ein verstärktes Chassis für größere Steifigkeit. Zur Begrenzung der Motorleistung wurden Luftmengenbegrenzer mit einem Durchmesser von 34 mm vor den Turboladern der World Rallye-Cars platziert. Dadurch wurde der Luftdurchfluss auf 10 m³ limitiert. Der Motor eines World Rallye-Cars leistete somit nur noch etwa 300 PS anstatt der ansonsten möglichen 330 bis 340 PS. Bei der Weiterentwicklung der Motoren konzentrierten sich die Hersteller daher weniger auf das Erzielen einer möglichst großen Motorleistung. Stattdessen wurde versucht, ein möglichst großes Drehmoment über ein weites Drehzahlband aufrechtzuhalten. Für die Saison 2011 wurde das WRC-Reglement überarbeitet. Die World Rallye-Cars basieren nun auf dem Super 2000-Reglement und unterscheiden sich von Super 2000-Fahrzeuge im Wesentlichen durch ihren Motor und ein Aerodynamik-Paket. Die World Rallye-Cars seit 2011 weisen technisch eine größere Nähe zu den Serienfahrzeugen auf als die früheren World Rallye-Cars. Da die Mindestlänge von 4 m aufgehoben wurde, werden als Basisfahrzeuge nun ausschließlich Kleinwagen verwendet. Als Antrieb sind 1,6 Liter Turbomotoren mit Direkteinspritzung vorgeschrieben. Die Drehzahl dieser Motoren ist auf 8500 begrenzt. Es müssen Luftmengenbegrenzer mit einem Durchmesser von 33 mm eingebaut werden und der Ladedruck ist auf 2,5 bar begrenzt. Letzteres soll das Drehmoment unter 400 Nm halten. Der Gangwechsel erfolgt jetzt mechanisch mittels Schaltknüppel, Schaltwippen wurden verboten. Es sind ausschließlich mechanische Differenziale zugelassen. Das Mindestgewicht beträgt 1200 kg bzw. 1350 kg mit Fahrer und Beifahrer in beiden Fällen mit einem Ersatzrad beladen. Die Verwendung von exotischen Materialien ist stark eingeschränkt. Elektronische Fahrhilfen sind verboten. Im Vergleich zum Serienfahrzeug fällt beim WRC vor allem die Fahrzeugbreite auf. Die zurzeit auf 1820 mm beschränkte und von den Herstellern voll ausgenutzte Breite des WRC unterscheidet sich zum Serienmodell um ca. 10 cm und macht Kotflügelverbreiterungen erforderlich. Die nächst auffälligen Unterschiede sind die Spoiler, hauptsächlich auf dem Kofferraumdeckel montiert. Sie dienen der Verbesserung der Straßenlage des WRC, insbesondere bei höheren Geschwindigkeiten, und bringen einen Unterschied von über 10 km pro Stunde durch Schnittsgeschwindigkeit auf den schnellsten Wertungsprüfungen der Rallye-Weltmeisterschaft. Die durch 4 mm dickes Plexiglas ersetzte Seitenverglasung unterscheidet das WRC vom Serien- und S2000-Fahrzeug. Diese Änderung dient hauptsächlich der Gewichtseinsparung im oberen Fahrzeugbereich. Die Fenster lassen sich nicht öffnen und es sind in ihnen kleine Schiebefenster eingebaut, um die fehlende Möglichkeit des Runterkurbelns auszugleichen. In der vorderen Stoßstange und der Motorhaube befinden sich mehrere vergitterte Öffnungen, welche einen größeren Luftdurchlass als im Serienfahrzeug ermöglichen. Auf dem Dach direkt hinter der Windschutzscheibe befindet sich eine mittig angeordnete Lufthutze. Diese dient der regulierbaren Luftzufuhr im Insassenraum. Links von der Lufthutze über dem Fahrer befindet sich meist ein Kameragehäuse. Im Regelwerk ist festgelegt, dass World Rally Cosmic Forsen Federbeine an Vorder- und Hinterachse einsetzen müssen. Abhängig vom zu befahrenden Untergrund sind WRC es mit einer im Unterschied zum Serienfahrzeug sehr hohen oder geringen Bodenfreiheit ausgestattet. Diese lässt sich durch das manuell rasch höhen- und härteverstellbare Fahrwerk beeinflussen. Auf Schotter wird teilweise auf erstaunlich schlechten Strecken gefahren. Wo ein erfahrener Geländewagenfahrer zur Schrittgeschwindigkeit raten würde, bewegen sich die World Rally Cars. Teilweise mehr auf der verstärkten Bodenplatte rutschend in, für den Laien nicht nachvollziehbaren, Geschwindigkeiten. Das erfordert eine sehr robuste Bauweise, besonders im Fahrwerks- und Unterbodenbereich. Bei Schotter Rallys sind 6,5 x 15 und 7 pro 15 Felgen erlaubt. Auf Asphalt werden verpflichtend 8 pro 18 Felgen mit einem vorgeschriebenen Mindestgewicht von 8,9 kg verwendet. Die Lauffläche der Reifen darf 9 nicht überschreiten. Ab der Saison 2011 werden WRC es exklusiv mit Michelin-Reifen ausgerüstet. Jede Art von Run-Flat-Systemen ist seit 2008 verboten. Bei Asphalt-Rallys sind die WRCs häufig auf landestypischen Nebenstraßen mit den zu erwartenden Unebenheiten und Belagsschäden unterwegs. Es wird nicht selten die Fahrbahn im Kurven-Innenbereich komplett verlassen, um zu cutten. Deshalb müssen Rally-Fahrzeuge, selbst bei einer niederen Bodenfreiheit, noch einen effektiven Federweg aufweisen. Die elastische Unterlippe an der vorderen Stoßstange hat sehr häufig Bodenkontakt, verhindert aber, zu viel Luft unter das Fahrzeug zu lassen. Auf allen Untergründen ist es wichtig, dass das Team den besten Mittelweg beim Fahrzeug-Setup findet. Welchen Belastungen ein WRC selbst auf Asphalt während einer Rallye ausgesetzt ist, zeigt beispielsweise die Tatsache, dass es bei der Rally Deutschland 2011 zu 113 gebrochenen Felgen kam. Um ein WRC auf den Asphalt-Wertungsprüfungen entsprechend verzögern zu können, werden innenbelüftete Scheibenbremsen mit einem Durchmesser von 355 mm an der Vorderachse und innenbelüftete 300 mm Bremsscheiben an der Hinterachse eingesetzt. Die vier Kolben-Bremssättel an der Vorderachse sind wassergekühlt. Geschichte Mit dem Ziel, neue Hersteller zur Teilnahme an der Rallye-Weltmeisterschaft zu bewegen, führte die 4.997 DK-Sekunden-Reglement für World Rally Cars ein. Während Subaru und Ford direkt ein World Rally Car an den Start brachten, Toyota stieß erst im weiteren Saisonverlauf mit einem WRC hinzu. Vertraute Mitsubishi zunächst weiterhin auf ein Fahrzeug nach Gruppe A-Reglement. Doch das WRC-Reglement brachte den gewünschten Effekt. Nachdem 1998 mit Seat ein fünfter Hersteller hinzugewonnen wurde, stießen 1999 mit Skoda und Peugeot zwei weitere Hersteller hinzu. In den folgenden Jahren beteiligten sich stets sieben Werke an der Weltmeisterschaft. Zwar zogen sich Toyota und Seat relativ schnell wieder zurück, dafür begannen aber Hyundai und Citroën ihr Engagement. Im Laufe der Saison 2001 wechselte auch Mitsubishi, der als letzter Hersteller mit einem Gruppe A-Auto erfolgreich im Feld der WRCs mitmischte. Auf ein World Rally Car. Zur Mitte des Jahrzehnts begann sich die Teilnehmerzahl allmählich zu reduzieren. Zunächst stieg nach der Saison 2003 Hyundai aus. Nach der Saison 2005 beendeten auch Mitsubishi, Peugeot und Skoda ihr Engagement. Von 1,7 Herstellern waren somit 2006 nur noch drei werkseitig in der Weltmeisterschaft vertreten. Zwar ergänzte Suzuki 2008 als erster Neueinsteiger seit sieben Jahren das Feld um eigene World Rally Cars. Wegen der Weltwirtschaftskrise zog sich Suzuki Ende des Jahres zusammen mit Subaru aber wieder aus der Weltmeisterschaft zurück. Da die Rallye-Weltmeisterschaft ab 2009 nur noch mit zwei Marken ausgetragen wurde, sah sich die Fiat zum Handeln gezwungen. Sie führte 2011 ein neues Reglement ein, wonach nur noch konstengünstigere, seriennähere Fahrzeuge zugelassen waren. Die World Rally Cars basierten nun auf dem Super 2000 Reglement und waren mit kleineren 1,6 Liter Turbomotoren ausgerüstet. Mit diesem Beschluss hatte die Fiat erfolgt, denn 2011 bereicherte mit Mini eine neue Marke das Fahrzeugfeld. Und Volkswagen kündigte den Einstieg in die Rallye-Weltmeisterschaft mit einem eigenen World Rally Car zur Saison 2013 an. Im Oktober 2011 wurde in der Presse auf Indizien hingewiesen, dass sich auch Hyundai und Toyota mit der Entwicklung eigener World Rally Cars beschäftigten. Von den Werksteams ausgemusterte World Rally Cars landeten vielfach in den Händen von Privatfahrern, die mit ihnen zum Teil in der Weltmeisterschaft fuhren, zum Teil aber auch in den nationalen Rallye-Meisterschaften. Die Fiat wollte World Rally Cars als die höchste Fahrzeugklasse im Rallyesport nur in der Rallye-Weltmeisterschaft sehen. Daher übte sie Druck auf die nationalen Motorsportverbände aus diese Fahrzeuge in ihren Wettbewerben zu verbieten. So wurden 2009 World Rally Cars in der deutschen Rallye-Meisterschaft verboten, nicht aber in einigen Meisterschaften anderer Länder. Auch ab 2011 sind die alten World Rally Cars der Generation bis 2010 in einigen nationalen Meisterschaften nach wie vor zugelassen und werden dort von Privatfahrern weiterhin eingesetzt. Liste der World Rally Cars Liste der World Rally Cars